Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr euch eingeschaltet habt. Keller, neues Random World Cup Hero Pack. Squad Builder Bällrühnchen. Ja, Ladies, eh, das letzte Random Icon Moped, da habt ihr das Gefühl. Thank you for that support hier. Vielleicht schafft ihr das hier nochmal ähnlich. Wäre very, very sweet. Wir haben wieder ein Pack am Start und diesem Bruder wird wieder das Team gebaut. 29 Chemie muss geschafft werden. Mehr ist halt schwierig, weil du halt nicht weißt, schafft er es auf die Position. Deswegen, restliche Team, 29 Chemie. Plus halt das, was dann noch nach oben drauf kommt. Ohne Trainer. Wir brauchen einen Gegner. Gegner heute ist Eltoni. Was geht? Buongiorno. Eltoni ist am Start. Lädst du das Video am Dienstag hoch? Ich lade es am Mittwoch. Okay, Leute, dann wisst ihr jetzt schon Bescheid, ob... Dass du im Finale bist. Genau. Also, ihr wisst, Leute, Kroatien steht im Wem-Finale. Alles super. Ich bin glücklich und... Ich bin ready für das Video und ich wünsche dir viel Glück steinig beim Pack. Das wird geil. FIFA World Cup Hero Pack. Let's go. Komm, bitte was Geiles, Alter. Ein Rowdy Föller. Ein Rowdy wäre echt geil. Boah, gegen den habe ich zu oft gespielt zurzeit. Keine Scheiße. Oder ein Ayran. Ayvaran. Ist eigentlich okay. Eigentlich ist er okay. Der Spiegel? Aber der kann nicht im Sturm. Nee, Cole. Colymoly. Das ist gut sogar. Aber kann der Sturm? Nee, ich glaube, der ist eher so flügelmäßig. Warte mal. Ja, knapp 300 sogar. Der kann aber nur ZOM, die Bratwurst. Ja. Ja, gut. Ist ein guter. Geht trotzdem in den Sturm. Karte ist gut. Safe. Ist ein guter Pick, würde ich sagen. Aber der kostet 280.000 sogar. Nee, 290. So, Dolle. Tone spielt die 4-4-2, hast du gesagt, ne? Genau. Was hast du aufgespielt? Dann habe ich Stürmer und rechte Mittelfeld. Rechte Mittelfeld? Okay. Ja. Dann fange ich an mit den Stürmer. Bist du ready? Ich bin ready, ja. Also, wir haben im Sturm Davur Schuker. Es ist... Fuck, Alter. Das ist die einzige kroatische Card in dem Team. Aber der hat das ganz neu rausgekommen vor paar Tagen. Und rechts Mittelfeld gehen wir mit den einzig wahren Serge Gnabry. Ja, machst du gut. Rhys James und Anthony. Very good, man. That's great. Dann halte ich für dich rein. Max, gut. Zeige mal, was du hast, Gaui. Ich habe ein Problem gehabt, weil Cole war bei mir im Team schon drin. Nein, deswegen hast du gerade ein bisschen gebraucht, gell? Ja, deswegen. Aber ich packe da jemand anders hin. Das müsste trotzdem gehen. Okay, okay. Ja. Also... Das ist echt, das ist ja bitter, gell? Das ist richtig, richtig voll belastend, Alter. Aber was soll ich machen? Ja, klar. Ja, im Sturm Rashford und auf der 10 dann Park Ji-Sung. Ich habe Ay-Waran, also Ay-Waran und Lautaro Martinez. Okay. Was? Ich meine, okay, eigentlich gut. Ich kann ihn verkaufen, wieder den anderen, aber ich hätte ihn ja so oder so verkauft. Das ist natürlich komplett bekloppt, ey. Ja, du musst ein bisschen dribbeln, ich habe mich schon gewohnt, Steini überlegt gerade irgendwas, er macht irgendwas. Ja, ich muss sich ja den hier packen. Der stand ja da und was soll ich tun? Geht ja nicht anders. Aber lustiger Zufall. Mann. Ja gut, dann machen wir weiter. Gut, gut. Also ich habe Tone gesagt, er soll so bauen als wenn, weil er macht glaube ich am meisten Sinn, als wenn da Cole steht. Habe ich gemacht. Ja, weil, ja, gut, dass wir hier nicht so missverständlich sind. Komm, ich halte bei dir mal rein. Alter, ich werde übrigens Davos Schukert hat die Medaille in den Mund. Ja, sehe ich gerade. Gute Karte. Berm Pokal ist hoffentlich bald hin an. Oh, dear man. Also, links Willefeld, Steini. Haben wir den einzig Warhammer Neutzes Junior. Der hat die Karte, ich habe Broskis Stream-Highlight-Video gesehen. Der hat den irgendwie für Filmen gemacht, ne? Der hat den für Filmen rumgekauft und dann für 1, was weiß ich, was verkauft oder so. War auf jeden Fall ein guter Trade, Broski. Und, äh, ja, dann haben wir im Mittelfeld, wen haben wir denn da? Zum einen gehe ich mit Chomeni und zum anderen müssen wir noch Gnabry linken. Und das mache ich mit Leon Musiala, nicht Goretzka. Der Leon Musiala, der alle ist der Leon. Ja! Nein. Ich war bewusst nicht Goretzka aufgeschrieben, sondern richtig auf Undercover dem Müslimann, Alter. Echt? Musiala, ja. Echt? Geil. Oh, okay. Bellingham und Sané. Ich bin voll auf deinen Gnabry gegangen, weil eine andere Chance. Das wäre, glaube ich, Quark gewesen. Willst du einen Brostock-Torbert haben oder willst du... Ich will da den Keeper in Namen, ja. Äh, ich gehe in eine andere Liga. Komm, ich gehe mit der Doppel-Sex. Ich gehe mit Kessier und Busquets. Oh. Doch nicht. Und auf der 10 gehe ich mit Fekir. Fekir. Okay. Ich habe, weißt du, ich habe da Manchester United Rashford gesehen, dann sehe ich neue Karten sind da. Und Martinez kann auch ZDM spielen. Ja. Argentinier, ne? Ja, genau. Ich habe da noch Guendouzi und Sisoko. Ach, wichtig. Schön. Ah, und Guendouzi dachte ich auch vielleicht, weißt du, dass ich davon gedribbelt, ey. Alles klar, Steini. Bitte einmal anschnallen. Gut anziehen. Äh, linken Verteidiger hast du einen Brasilianer und rechts gehst du mit einem Portugiesen. Ist richtig. Linksverteidiger habe ich Marcelo. Mann, der geht doch wieder flöten, ey. Scheiße, Mondi. Und rechts, ich probiere einfach, dass du den nicht auf dem Schirm hattest, beziehungsweise du denkst, der kann nur IV, Kunde. Nein, Kunde ist doch König, habe ich vergessen. Ich habe Bambi, Saka, Wingreschi und Mondi. Ja, ist, 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 ist was, was ich, muss ich mit rechnen, aber immerhin kann ich Kunde behalten. Ich sag, Außenverteidiger sind mein, ich lasse es stehen, damit es für euch einfacher ist. Wie gesagt, ihr könnt das Team gerne nachbauen, Park raus und Cole rein, äh, aber Tone baut so wie, wenn Cole da wähle. So, ich muss rein halt noch. Und wir haben besprochen, 32 Chemie, Leute, muss das Team haben, wenn jetzt die, äh, Hero-Karte auch voll kämmen wäre, also 29 Chemie plus die. Genau, ja, 29. Linker Verteidiger, den kennst du, vielleicht ganz gut sogar. Ich hab so geguckt, gibt's Marcelo noch als Karte von Real Madrid, gibt's leider nicht. Der spielt jetzt irgendwo in Griechenland, der Mann, und wir haben Mondi von Real Madrid, wo aus irgendwelchen Gründen nicht draufgekommen, und rechts Benjamin Pavard. Ich spiele nur noch Franzosen in der Verteidigung. Fuck! Ich wollte Pavard nicht aufschreiben, aber ich war echt nicht verkehrt, ich hab Sima Khan aufgeschrieben. Den hab ich, mit denen hab ich gebaut am Anfang, ich weiß nicht. Weil ich kein A-Punkt-Loch sein wollte und zwei von Real Madrid aufschreibe. Und ich hab mich für Mondi entschieden. Kein Mondi! Kein Mondi in der Aufnahme. Heute kein Mondi. Mondi kommt heute nicht rein. Innenverteidiger, Torwart, ich hab gar keine Ahnung, weil da gibt's halt so drei, vier, glaub ich, Sachen, die man machen kann. Ich weiß, du hast deinen Hero-Spot noch. Ich probier's mit den dreien. Keine Ahnung. Ah, Mann. Das ist eigentlich echt los, wenn man sich den Hero-Spot bis zum Ende offen lässt, weil es gibt halt nicht so viele Verteidiger-Euro's. Also, wir haben theoretisch Cola. Wir haben aber auch einen... Cola hast du nicht wegen Bundesliga. Cola bricht weg. Ich gehe mit dem Portugiesen namens Mascherano. Super Portugiese. Ey, weh, diese Argentinier schubsen mich ins Loch, wenn ihr das Video gesehen habt. Dann hab ich noch einen zweiten Argentinier, der rutscht hoffentlich auf einer Bananenschale aus, aber verletzt dich nicht. Gegen Kroatien. Nicht verletzen, bitte. Aber trotzdem ausrutschen. Romero. Und im Tor haben wir Hugo mit einem riesen Lördes im Halbfinale. Ja, oder so. Bonucci Perrin Cordoba. Was? Bonucci Perrin Cordoba? Du bist in Cordoba gegangen. Ja. Oh, damn. Let's go. Geil. Äh, sehr gut. Hab ich nur zwei Brausse-Spieler. Kann man mitreden. Ich tu den mal raus, den Musikalarm. Bam. Jetzt bist du dran. Ja, ich bin auch mit einer Nation gegangen. England. Ja. Ich geh mit... Ach komm, ey. Ja. Ich hab zwei Engländer auf der Tafel. Ja, gut. Moore Smalling Henderson. Digga. Moore Smalling Henderson. Wirklich diese Moore-Karte, die verfolgt mich. Die hab ich auch gezogen, die Scheiße. Ich hab Ferdinand, Tomori, Magnon. Oh! Ja! Das ist belastend. Ich hab den so fliegen sehen, den Bruder. Hey, aber ich wär auch so auf 29, hier. Seh ich gerade. Ja, okay. Also, wär das so oder so egal gewesen. Also, Park hätt ich tatsächlich zum Start ausspielen können. Aber ich hab Tone, wie gesagt, äh, sattet da. Cole stand. Ich bleib auf 29. Tone, müsst ihr auch auf 29 bleiben, ne? Ja, ich war auch auf 29. Oh, geil. Aber, ich muss ja den Torwart hinstellen. Mondi geht raus bei mir, ne? Du hast einen getroffen. Genau. Und du hast bei mir zwei getroffen. Musiala und Linksverteidiger. Alles klar. Dann such ich nochmal eben einen und dann seht ihr gleich nochmal die vollständigen Teams. Naja. Ey, wir schauen mal. Wir haben gerade mal geguckt. Immer Tone gewinnt ein Spiel, ich gewinn ein Spiel. Dann gewinnt Tone. Jetzt wäre eigentlich Tone dran. Also, mal gucken, ob die Statistik, äh... Lass mich gewinnen. Ich geb dir Paypoint ein bisschen weiter. Ihre... Ja, brauche ich gerade. Äh, abgemacht. So, gutes Spiel. Abfahrt. Mannschaft steht gut. Oh, ja. Äh, meine auch. Defensiv. Oh, ich dachte, er macht... Krätsch doch! Ich drück Krätschen! Ich dachte, er macht irgendwie... Wichtiger Einstand. Die Steine... Ich bin jetzt, glaube ich, ein paar Mal rutschen gegangen gegen dich. In Folge. Du stehst aber gut. Oh, der macht da den Boden. Ja, genau, Alter. Mich ruft... Mich ruft irgendeine Nummer ein. Die hab ich eingespeichert als Yola. Aber ich hab keine Ahnung, wer dieser Mensch ist. Time Finishing. Okay, sehen wir. Ah, mein... Oh, schön, jetzt. Nein, die ziehe ich dir da rupen auf den Fuß! Brun, ich ziehe doch extra nach innen. Nein, ich gehe raus. Oh! Ah! Nein! Oh, Gott! So ein Pistol! Was? Ein Spielbesitzel. Die Flanke, die war so kacke, ey. Das kannst du keiner erzählen. Oh, der steht doch vor dir, Stein. Ich weiß auch nicht, ich hab einfach nur probiert. Der, ich steh doch vor dir. Zurzeit läuft es rückwärts. Kommt gut. Der kann den... Was macht der denn da? Ach, aber abseits. Ich dachte, er macht da Zirkus, Alter. Neuer Matchplan geht auf. Äh! Ja, wichtig. Erstes Mal grün getroffen, Leute. In dem Moment. Gibt's da nicht. Nur sah da aber auch nicht gut aus, ey. Nein, Schuker! Schuker, Mann! Da wurde! Was ist los mit dem? Oh, hätte ich das gefeiert mit ihm? Oh, bitte, schau, die sind verlängert. Kommt, kommt, kommt! Kommt! Wie bitte? Wie ist das? Oh, komm! Hey, das gibt's doch nicht! Oh, nein. Ich hab genau die falschen Schatten. Was macht dein Tor, Mann? Was macht dein Tor, Mann? Das ist einfach, uns will ja eigentlich Peter Zing gewinnen. Ohne Sinn. Das ist auch, als hättest du einen Innenverteidiger im Tor. Ich glaub, ich bin einfach scheiße. Ich glaube nicht. Nein, 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 nein. Ich bin tot. Ich kann's hier so viel... Ja, jesel, auch mal, Mann. Oh, Torwart. Alter, ich geh in SPB-Rente bald. Alter, kein Tor, Mann. Ich geh in Rutsche. Der Tor ist ja so scheiße. Das ist mein Held, der Torwart. Ich hab gewusst, hätt ich nur drauf geschossen. Ja, schnell. Super. So viele stehen frei, das ist ja wirklich... Azuckepüppeli. Was ist das denn für Schuss? Leck mich doch mal an. Wirklich. Zweiges, Katz, ich verlieb. Ich muss mich pushen. Das ist gut. Wir müssen mehr aufnehmen miteinander. Ja, ich brauch ein Bootcamp, Leute. Okay, Steini. Hast du? Ja, wir haben ein bisschen umgestellt. Und das sieht nicht so gut aus. Du kannst echt viel treffen. Drei Stück. Quedaschiff Schukr. Ich leg dafür, mein Handelsfeuer Schukr wird gehen. Ich muss immer die Kroaten abstoßen. Linker Stürmer, rechtes ZM, rechtes Mittelfeld. Perfekt. Du hast kein Schukr getroffen. Du hast aber die zweitbeste Karte im Team. Einmal Mascherano, 100k. Einmal Cole, 300k. Und weil es nicht genug ist, Serge Galabrino. Drei dicke Fische. Du hast fast 500.000 Münster abstoßen. Ich bin wirklich aber auch, ich bin menschlich gesehen ziemlich abstoßen gerade im FIFA. Das ist ein Hobby, abstoßen. Ja, aktuell, ja. Ich darf diesen Mann abstoßen. Hoppala, jetzt bin ich rausgegangen. Es ist mir eine Ehre, Jungs. Ja, hat super viel Spaß gemacht. Ich hab Angst, das ist ja super geil. Nein, Mann, Mann. Sind alle weg. Ja, Ladies, checkt auf jeden Fall das Video ab, was wir bei Tone aufgenommen haben. Da waren ähnlich skurrile Aktionen am Start. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Sinnvolle Kommentare unten rein. Daumen nach oben wäre ein absolutes Träumchen. Checkt Tone ab, Tone. Ich danke dir, dass du hier warst. Und ole ole. Ole ole. Ich nenne dich Finalist. Ich nenne dich Finalist. Es wird dir wahrscheinlich um die Ohren fliegen. Aber hey, so, wir verpissern uns. Macht's gut. Ciao, Freunde. Tschüss. Tschüss.